Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, einmal, zweitemal in Bielefeld zu sein. Ich war schon einmal hier. Ich freue mich sehr, zweitemal in Bielefeld zu sein. Und vielen Dank für die Einladung zu Inge und zu allen, die jetzt präsent sind. Ich habe sehr viele Essays oder Arbeiten über Hannah Arendt geschrieben, aber alles über konkrete Themen. Jetzt möchte ich etwas Allgemeines über Hannah Arendt sagen, über ihr Werk im Allgemeinen, innerhalb der spätmodernen Denken. Das ist der Titel meines Vortrags, Hannah Arendts Platz im spätmodernen Denken. Um Hegel zu zitieren, Philosophie ist unsere Zeit in Begriffen aufgefasst. Ich nenne spätmoderne Zeit die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, nach der Kriegsende bis zum Jahrtausendwende, war bis zu heutigen Tagen die letzte Zeit des Blühens der Philosophie. Eine Generation tritt damals auf die Bühne, die viel erlebt hatte. Politische Katastrophen, Turbulenzen, Erscheinungen neuer Lebensformen, Handlungsweisen, Gefahren und Ideen, die sie mindestens im Gedanken, doch manchmal auch persönlich mitgemacht oder erlebt hatten. Solche Erlebnisse fütterten die Philosophie, eröffneten die Wege für neue Fragestellungen, neue Attitüden und auch neuen Stil. Ich möchte nur einige Philosophen auf dieser reichen Generation zu erwähnen. Adorno, Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, Foucault, Derrida, Deleuze, Habermas vom Kontinent, Popper aus England, Arendt und Rort aus Amerika. Einige von ihnen haben den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust, schon als Erwachsen erlebt und auch Erfahrungen mit totalitären Gesellschaften gemacht. Manchmal, wie einige Franzosen, auch mit falschen Illusionen. Alle waren in einer Weise in der Bewegung von 1968 beteiligt und reflektiert noch auf die erwarteten und unerwarteten Konsequenzen der Bewegung der neuen Linke in der Veränderung der Lebensformen und der Fragestellungen. Der gemeinsame Merkmal dieser Generation war, dass sie ebenso wie die schon vorherige Generation, Dilda Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Russell, Dewey, sich von der metaphysischen Tradition losgelöst haben und zugleich zur Sache selbst zurückkehrten. Das heißt, sie haben die Philosophie als eine Lebenssache betrachtet und erlebt. Die von mir erwähnten Denker waren nicht im großen Rätsellösen involviert. Und sie waren auch keine antikisierenden Denker, wie die meisten heutigen kontinentalen Philosophen. Weil für sie Philosophie immer neue Fragestellungen bedeutete, nicht die Interpretation der Interpretationen einiger Alten. Für analytische Philosophen gibt es keine Tradition, für die antikisierenden Philosophen gibt es kein Futter mehr für neue, unerwartete Fragestellungen. Zwischen Vergangenheit und Zukunft, lautet ein Titel aus Ahrens Lebenswerk. Zwischen Vergangenheit und Zukunft ist die Gegenwart. Unsere Welt, die wir in Begriffen aufzufassen, bemüht sind. Neu in dieser philosophischen Generation ist die Linke teilweise unterlinke oder liberale, republikanische, politische Einstellung. Einige von ihnen, besonders die Franzosen, hatten eine Schwäche für linke Tyrannen. Andere waren in zivilen Bewegungen tätig, wieder andere standen unter dem Einfluss der neuen Linke. Aber alle intervenierten auch in der Sache der Politik oder politisches Denken. Eine Tendenz, die schon vorher anwesend war, wird jetzt vorherrschend. Alle Schulen werden aufgelöst. Es gibt keine Isemen mehr. Die Philosophen werden persönliche Denker. Nicht private Denker, wie sich Rorty einmal ausdrückte, sondern persönliche Denker. Eine Philosophie ist nie privat. Keine private Angelegenheit. Persönlich philosophieren bedeutet, dass alle originale philosophische Persönlichkeiten ihre eigenartige Philosophie entwickeln, die niemandem nachmachen oder nachahmen kann. Sie können es nachahmen, aber wenn Sie nachahmen, werden Sie lächerlich werden. Wer heute dekonstruiert, wie es Derrida tat, ist einfach ein Narr. Natürlich bekommt man wichtige Interpretationen und Inspirationen von allen bedeutenden Philosophen. Dazu ist nämlich die Philosophie immer da. Aber man kann nicht mehr im alten Sinne ein Schüler sein, ohne langweilig oder uninteressant zu werden. Nietzsche sagt einmal, dass Philosophie eine Art von Autobiografie ist. Das widerspricht kaum der von Hegel stammenden Gedanken, dass sie, nämlich Philosophie, die Zeit in Begriffen ausdrückt. Unsere Autobiografie ist auch zeitbedingt. Obwohl wir alle unsere eigene Zeit in Begriffen ausdrücken, haben wir alle in einer anderen Weise unsere Zeit erlebt. Wir haben alle verschiedene Erinnerungen. Wir sind verschiedene Persönlichkeiten. Das war natürlich immer der Fall gewesen. Doch in den modernen Zeiten bekommen persönliche Erlebnisse eine viel größere Bedeutung. Sie spielen eine größere Rolle. Darum werden wir plötzlich in den modernen Zeiten von dem persönlichen Charakter unserer Philosophie endlich bewusst. Hans Arendt war nicht nur in Deutschland geboren. Das spreche ich über ihre Zeit und ihre Biografie. Hans Arendt war nicht nur in Deutschland geboren, doch ihre ganze Kultur war eine eigentümliche deutsche Kultur gewesen. Sie hatte große, schon von Winkelmann stammende und bis ihr dauernde Schwärmen für die alten Griechen geerbt. Ihr Glauben in der Überlegenheit der Griechen gegen den Römern war unter dem Einfluss von Heidegger nur bestärkt. Die von Heidegger und Jaspers, doch besonders durch Heidegger stammende philosophische Grunderlebnisse, hat sie in ihrem ganzen Leben bewahrt. Beide ihrer Männer waren Deutsche. Sie hat mit Heinrich Blücher auch in Amerika immer Deutsch gesprochen. Blücher, der als junger Mensch zum Kreis von Rosa Luxemburg gehörte, hat auch ihr Interesse in Politik entwickelt oder eher bestärkt. Als Jüdin hat sie auch einige Gefahren der Shoah miterlebt und sie arbeitete auch in jüdischen Organisationen, weil das sogenannte kulturelle Zionismus bis zu einem Grad sie beeinflusste. Als sie aus Frankreich nach Amerika emigrierte, fangt sie an, die amerikanische Republik, diese eigenartige demokratische Republik, das fangt sie an, sie fasziniert. Sie war fasziniert bei Amerika nach einigen Jahren. Beide, das heißt die Gräkomania der deutschen kulturellen Tradition und die Faszination mit der amerikanischen Republik trugen zur Entwicklung ihrer Philosophie der Handlung bei. Wie die deutsche und altgriechische Philosophie und der amerikanischen Demokratie die Gedanken in Arendts Philosophie direkt ausdrückte. Sie haben sich direkt in ihren Gedanken ausgedrückt. Die anderen autobiografischen Erinnerungen als Frau oder als Jüdin haben diese Schriften nur in einer indirekten Weise beeinflusst und nicht in einer direkten Weise wie die Gräkomania und die amerikanische Republik. Arendt war eine Frau der vielseitigen Kultur, unter anderem auch der philosophischen Kultur. Doch wenn sie über Philosophie oder eher über Philosophen sprach, bezieht sie sich beinahe ohne Ausnahme an Platon, Sokrates, Aristoteles, Cicero, Augustin und an die Klassiker der deutschen Philosophie besonders kam. Descartes ist ein negativer Beispiel, bei sie geblieben und Hobbes, obwohl sie ihn respektierte, wesentlich auch. Ich habe diesen Vortrag mit der Lob einer großen Generation der Philosophie angefangen. Jetzt muss ich hinzufügen, dass Arendt beinahe nie auf einen ihrer Zeitgenossen sich bezieht. Auch auf die Lehrer wie Heidegger und Jasper und auch Husser nur sehr flüchtig. Als ob sie nicht existierten. Sartre kann man ihres Erachtens nicht als einen Philosophenerz nehmen. Adorno verachtete sie. Merleau-Ponty und Beauvoir existierten nicht für sie. Gut, Derrida war damals nicht bekannt, doch Foucault schon ja. Arendt hat Habermas persönlich getroffen, aber in ihrer Philosophie ließ er überhaupt keine Spuren. Sie hat ein sehr schönes Essay über Walter Benjamin geschrieben, doch auch Walter Benjamin ließ an ihrer Philosophie keine Spuren. Dies ist umso mehr interessant, weil die sogenannte Kulturkritik doch eine Rolle in Arendts philosophischen Gedanken spielte. Und Adorno und nach Adorno, auch Benjamin, waren die bedeutendsten Kulturkritiker ihrer Zeit gewesen. Doch nicht. Diese auffallende Indifferenz gegen Zeitgenossen kann man auch als den Drang Richtung originelles Denken zu verstehen. Selbstdenken, sagte Kant, wir sollen mit unserem eigenen Kopf denken. Die Alten schadeten der Originalität Arendts Denken nicht, weil sie eben keine Zeitgenossen waren, weil man von ihnen ruhig lernen konnte, ohne bei ihnen beeinflusst zu sein. Doch es gab drei Vorfahren, die für Arendt besonders wichtig waren. Nämlich die drei radikalen Philosophen des 19. Jahrhunderts, Marx, Kierkegaard und Nietzsche. Meines Erachtens war Arendt die Erste, die diese drei Denker zusammen und mit Recht in demselben Kontext betrachtete. Sie waren, nach Arendt, die radikalen Denker, weil sie Traditionen auf den Kopf gestellt und uminterpretiert und am Ende abgeschafft haben. So hat nach Arendt Karl Marx die Politik abgeschafft, Kierkegaard die Religion abgeschafft, Nietzsche die Metaphysik, das heißt die traditionelle Philosophie abgeschafft. Was unter anderem für Arendt besonders wichtig war, war der philosophische Stil dieser radikalen Denker. Alle drei experimentierten mit unorthodoxen philosophischen Genres, besonders Essay und Aphorismen. Wenn man über einen Philosophen spricht, muss man am Anbeginn auch über ihre Sprache, charakteristische Ausdrucksweise reden. Arendts philosophische Sprache war das Essay. Sie war der bedeutende, ob die bedeutende Essayistin, philosophische Essayistin ihrer Zeit. Sie war der bedeutendste philosophische Essayistin. ihrer Zeit. Essay ist ein wichtiges philosophisches Genre. Seit langer Zeit, vielleicht schon seit Erasmus, doch besonders seit der Zeit der Aufklärung bei Rousseau, Diderot, Lessing und auch bei Kant war sie geübt. Doch es war meistens als ein minderwertiges Genre betrachtet. Philosophen haben meist im Rahmen eines Systems, besonders eines architektonischen Systems, nachgedacht, wo alles mit allem am Ende zusammenstimmt, zusammenhängt, wo die Schlange der Wahrheit ihr Schwanz beißt. Im 20. Jahrhundert ist eben diese Schlange problematisch geworden, weil die absolute Wahrheit, die erlösende Wahrheit, verdächtig wurde. Der Gedanke, die Monografie, das System durch den Essay, als einen wichtigen und mehr zeitgemäßen Genre zu ersetzen, war wahrscheinlich zum ersten Mal im Vorwort des jungen Lukacs Essayband »Die Seele und die Formen« formuliert. Auch Lukacs »Die Theorie des Romans« war eine Essay-Sammlung gewesen. Was die bloße Form betrifft, könnte ich dasselbe auch von der berühmten Geschichte und Klassenbewusstsein sagen. Doch sage ich es nicht, denn die Nachricht in diesem Werk war ganz verschieden gewesen. Wieder einmal beißt hier die Schlange ihren Schwanz. So, wenn ich über Arendt als einen großen philosophischen Essay bezeichne, habe ich nicht nur den Format im Sinn, auch den Inhalt. Es ist nicht schwer einzusehen, dass keiner von Arendts Büchern als eine Monografie bezeichnet werden kann. Von »Origins of Totalitarism« bis zum »Thinking« ist es leicht, verschiedene Essays, die diese Bücher ausmachen, zu unterscheiden. Man könnte sie der Lage nach auch als Vorlesungen, auch als Studienabhandlungen betrachten. Aber es ist nicht über die Länge die Rede, doch über die Fragestellung und ihre Betrachtung in aller ihren Essays. Sie arendt ersetzt nämlich das »Fürwahrhalten« für den Begriff der Wahrheit. So hat auch die politische Philosophie, wird politischer Philosophie auch eine Art der Reflexion und die Untersuchung der Platz, übliche Art der philosophischen Weise, Reflexion zur Untersuchung gehört. Das heißt, philosophische Essays sind Untersuchungen und ich werde später dazukommen, welche Art der Untersuchungen, welche Art der Interpretationen sie sind. Der beste Weg zur Erfüllung ihrer Konzeption führt durch die Narrative, durch die Erzählung. Arendt bedient sich verschiedener Arten der Erzählungen. Erzählung einer Philosophie, Erzählung eines Charakters, Erzählung eines historischen Ereignisses und meistens die Kombination von allen erwähnten Erzählungen. Doch die Narrativen sind nicht nur Narrativen. Innerhalb und durch die Geschichten erscheinen neue politische Begriffe. Die erzählte neue politische Erzählung ist durch Begriffe gefasst und sie schlagt immer neue Theorien innerhalb einer Geschichte vor, dass alle Geschichten endet oder mit den Geschichten sind immer neue Begriffe erörtert und neue Theorien verfasst. All dies entwickelt sich in Geschichte. Das heißt, die Geschichten sind keine Illustrationen mehr. Die Illustrationen, nicht die Theorie. Die theoretischen Beriefe wachsen nämlich von der Erzählung selbst heraus, als ob sie menschliche Charaktere wären. Um die Eigenartigkeit des Arendtsche theoretischen Projekts zu beschreiben, muss ich noch einen Schritt weiter gehen. Ich sagte, es sind Essays, ich sagte, es sind Interpretationen, ich sagte, die Kategorien wachsen von den Geschichten aus, aber ich muss noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt sehr verschiedene Typen des philosophischen Essays, auch im 20. Jahrhundert. Ich habe die Seele und die Formen schon erwähnt, aber ich kann auch Adornos Essays der modernen Musik erwähnen. Sie sind interpretative Essays. Sie sind hetero Interpretationen, wo Philosophie Kunstwerke interpretiert. Falls diese Essays eine politische Sendung haben, ist diese Sendung indirekt. Meistens in Kulturkritik vergült. Arendts Essays sind politische Essays. Auch eine Art der hetero Interpretation, wo Philosophie die Politik interpretiert. Man könnte Arendts Essays als narrativ rhetorisch beschreiben, narrativ rhetorisch beschreiben. Der Stil ist narrativ, weil, wie ich es schon erwähnte, Arendt die politischen Begriffe aus der Geschichte selbst entwickelt. Sie sind auch rhetorisch, weil die Überzeugung der Leser zu ihren Projekten gehört. In der politischen Philosophie kann man sowieso nicht in einer üblichen Weise zwischen Dialektik und Rhetorik unterscheiden. Arendt predigt nicht, sie entwickelt die Geschichten und aus den Geschichten die Begriffe. Die Geschichten sind beinahe immer historische Geschichten. Auch im Falle der Biografien sind sie historische Geschichten. Ich meine solche wichtigen Biografien, wie zum Beispiel die Biografie von Disraeli in dem Buch über Totalitarismus oder die von Rosa Luxemburg in Menschen in finsteren Zeiten. Sie erzählt uns auch einige bahnbrechende politische Ereignisse, auch Geschichten, zum Beispiel die Dreifuß-Affäre oder die amerikanische Revolution. Sie mobilisiert geschichtliche Daten, die in ihrer Präsentation nicht bloße Daten bleiben. Sie sind eher, mit Hegel zu sprechen, Knotenpunkte der Massverhältnisse, besonders, wenn man das Wort Massverhältnisse mit dem politischen Wort Massenverhältnisse ersetzt. In der politischen Philosophie öffnete diese Art von rhetorischen Narrativen ein Fenster für die frische Luft der Aktualität. Statt der akademischen und wissenschaftlichen Untersuchungen der Institutionen eröffnete sich die Möglichkeit für öffentliche Diskussionen über Sachen und Möglichkeiten der gegenwärtigen Handlung. Politik wird wieder einmal bei der Philosophie und nicht nur bei der sogenannten Gesellschaftswissenschaften thematisiert. Die amerikanische Tradition von Dewey ist mittels der europäischen Tradition entwickelt. Die dreikantischen Fragestellungen, was kann man wissen, was soll man tun und was darf man hoffen, sind wieder einmal gestellt. Ich wiederhole, Ahrens philosophische Narrativen sind rhetorisch. Sie schreibt sehr schön, sie kann uns überzeugen. In Narrativen gibt es keine logischen Widersprüche. Sie sind, wenn sie sind, sie sind ganz und gar unwichtig. Sie kümmern uns überhaupt nicht. Was uns kümmert, sind die theoretischen Resultate. Was uns kümmert, ist, was in diesen Geschichten neu ist. Das Neue, das uns erleuchtet und einleuchtet und schon abgeschmackte Konzeptionen in neuem Licht erscheint. Neues Licht erscheint, diese abgeschmackten Konzeptionen. Ahrens macht uns Gedenken über Gesellschaft, Geschichte und die politischen Institutionen und den Standpunkt der Politik. Sie ärgert uns und sie inspiriert uns zugleich. Und das ist genau der Zweck des politischen Denkens. Ärgern und inspirieren. Beides ist wichtig im politischen Denken. In der Folgenden möchte ich über die bedeutendsten theoretischen Früchte der Ahrenschen theoretischen Narrative sprechen. Doch muss ich am Beginn auch ihre zwei Fiaskos kurz erwähnen. Es gab zwei Bücher, wo Ahrens Stil der politischen Philosophie, die Anwendung der rhetorischen Narrativen, einfach schiefgegangen ist. Sie sind Eichmann in Jerusalem und Life of the Mind. Im ersten Fall geht es über den Holocaust, worüber man keine politische Philosophie schreiben soll, bei der nötigsten Küblichen Essay steht. Im zweiten Fall geht es über eine philosophische Grundfrage, worüber man keine politische Essay schreiben kann. Ich möchte meinen Vorbehalt kurz erwähnen. Politische Philosophie schreibt man über politische oder antipolitische Ereignisse. Totalitarismus war ein antipolitisches Gebilde. Darüber konnte man im Stil des politischen Essay schreiben. Doch Holocaust war weder ein politisches, noch ein antipolitisches Ereignis. Holocaust zu politisieren, ist mit seiner Bagatellisierung gleich. Die Empörung war gerecht. Wenn jemand tut, was man nicht tun soll, ist Empörung gerecht. Nicht nur der andere Standpunkt oder Theorie war falsch gewesen, meines Erachtens. Doch der ganze Stil, die Anwendung der politischen Philosophie, war überhaupt nicht anwendbar in diesem Falle. Ich möchte dann auf andere Menschen nachweisen. In den letzten Wochen haben Sie die Möglichkeit, zu Claude Landsmann Interview über diese Frage zu lesen. Oder eben, aber ich glaube, noch, noch, ich werde zurückkommen. Wem noch, können Sie lesen? Ich komme zurück. Na, ich habe das vergessen, aber werde Ihnen gleich sagen. Nicht nur eine solche andere Standpunkte oder Theorie waren falsch. Das ganze Buch war einfach irrelevant. Im Falle Life of the Mind, ich spreche nur über das Buch Denken, denn der zweite Teil war nicht bei Arendt autorisiert, empörte niemanden, denn es war ein bloß theoretisches Fiatsko gewesen. Wenn ein Essay ein politisches Ereignis von einem anderen Blickwinkel erhält als das nächste Essay, wenn sie einander widersprechen, das ist nicht nur normal, das ist auch wünschenswert, wenn man über Geschichten redet. Das geht aber im theoretischen Denken nicht. Dass Wissenschaft nicht denkt, dass Problemlösung überhaupt kein Denken ist, dass man nie reindenkt, falls man überhaupt über etwas denkt, sind meines Erachtens einfach verschiedene Radikalisierungen Heideggers verschiedenen Gedanken, und zwar bis zum Ad absurdum gedacht. Wir bekommen einmal wieder Heideggers Sokrates im Zug des Denkens. Doch Sokrates denkt immer auch über etwas, nicht über nichts. Obwohl auch über nichts zu denken ist, über etwas zu denken. Wenn wir von reinen Denken sprechen, wie sie es spricht, reines Denken ist eine transzendentale Konzeption, und Handelwaren wollte immer doch transzendentale Interpretationen der Konzeptionen vermeiden. Deswegen sage ich, die sind zwei Fiaskos, der haarensche Denken-Fiaskos stammt aus dem einfachen Grund. Anwenden ein Stil, eine Gedankensweise, eine Art der Expression, der philosophischen Interpretation, wie man auf diese zwei konkreten Ereignisse oder Konzeptionen, Begriffen, Denken ist doch ein Begriff, nicht anwenden soll oder nicht anwenden kann. Aber jetzt werde ich zu anderen Fragen kommen. Ja, ich habe jetzt kommen. Blumenbergs Nachlass war veröffentlicht, vor einer Woche war veröffentlicht in der deutschen Presse. Sie hat in seinem Nachlass über Eichmann in Jerusalem geschrieben. Und das wird interessant für sie zu lesen. Das wird mich unterstützen, aber nicht deswegen sage ich es. Wenn es eine neue Erscheinung ist, gut, ich führe es fort. Jetzt komme ich zu positiven Diskussionen. Außer diesen zwei Büchern. Stimmt aber alles, für was ich bisher Hannah Arendt lobte. Natürlich ist Lob nicht gleich mit Einverständnis. Bloß einverstanden zu sein, heißt sich langeweilen. Nie einverstanden zu sein, heißt jemanden beiseite schieben. Teilweise einverstanden und teilweise nicht einverstanden zu sein, heißt sich zu einem Gespräch, eine Diskussion provoziert zu fühlen. Und das tun doch die Werke von Hannah Arendt mit mir und ich glaube nicht nur mit mir. Arendt hat sich auch in einer direkten Weise in der amerikanischen zeitgenössischen Politik interveniert. Ihre bedeutenden Schriften sind im Band Crisis of the Republic gesammelt. In den folgenden werde ich nur von diesen drei Büchern sprechen, die meines Erachtens die politische Philosophie am meisten und mit Recht beeinflussen. Ich spreche nicht über Crisis of the Republic. Ich werde nicht über alle Werke von Hannah Arendt sprechen, nur über diese drei Bücher, wo sie meines Erachtens ihre besten politischen, philosophischen Gedanken enthüllte und ausgedrückt hat. Aber er hat sich drei Bücher über gesprochen. Die Sprecher sind Origins of Totalitarianism, Human Condition und Unrevolution. Das ist, Deutsch ist Ursprung des Totalitarismus, Vita Activa und Über die Revolution. Das sind die drei Bücher, worüber ich jetzt sprechen werde. Meines Erachtens sind sie die reichsten und die besten Bücher, die Arendt geschrieben hat. Ursprung des Totalitarismus ist wesentlich eine Genealogie in Nietzsches Sinn. Arendt denkt nicht in der Kategorien des Kausalverhältnisses. Totalitäre Gesellschaften haben keinen Grund, keine Kausaleffizienz, auch nicht mehrere. Man kann nur über ihre Vorbedingungen beschreiben und sie analysieren. Unter den Umständen sie möglich geworden sind. Arendt kämpft immer gegen den Begriff der geschichtlichen Notwendigkeit. Auch in ihrer Marx-Kritik tut sie es. Denn diese Konzeption der historischen Notwendigkeit lässt keinen Platz für freie Handlung und auch keinen Platz für den Zufall. Doch sind die geschichtlichen und politischen Ereignisse auch nicht ganz zufällig. Es gibt Bedingungen, unter denen sie überhaupt möglich werden. Diese Bedingungen hängen miteinander nicht immer zusammen. Doch alle von ihnen tragen zum Zustandekommen eines Gebildes einer politischen Institution bei. Als wenn er Totalitarismus untersucht, dann untersucht er die Vorbedingungen, die miteinander nicht notwendigweise zusammenhängen, die nicht die Ursachen des Totalitarismus sind, nur die Bedingungen. Arendt gehörte zu den Ersten, die in Allgemeinen über totalitäre Gesellschaften gesprochen haben. Sie waren die Erste, die es festgestellt hat, dass hier nicht über einen Zurückfall ins Mittelalter geht. Dass Totalitarismus eine moderne politische Gebilde ist. Und seine Brutalität auch eine moderne Brutalität. Das war eine tapfere theoretische Stimme damals gewesen, obwohl es vielleicht heute selbstverständlich ging. Das ist aber das Schicksal der wirklich bedeutenden theoretischen Ideen, das nach einer Weile deselbstverständlich werden. In der Charakterisierung der totalitären Staaten unterstreicht Arendt die gemeinsamen Züge zwischen Narzismus und Bolschewismus, ohne die ideologische Differenz beiseite zu schieben. Die Linke war empört, damals empört. Arendt war damals als eine konservative Autorin beschimpft. Doch es dauerte keine lange Zeit, bis die Richtigkeit ihrer Analysen anerkannt wurde. Es ist auffallend, dass am Anbeginn ihres Buches über Totalitarismus Arendt diese zentrale Idee noch nicht entwickelt. Sie hat noch am Anbeginn nicht entwickelt, dass alle totalitäre Gesellschaften gemeinsame Züge haben. Denn sie fängt auch mit Antisemitismus an und Antisemitismus spielt eine dominierende Rolle in der Genealogie des Nazismus. Doch nicht in der Genealogie des Bolschewismus, auch nicht des italienischen Faschismus. Der Zerfall des Nationalstaates ist auch meist problematisch als eine der Bedingungen im Falle eines bolschewistischen Geblüdes. Doch die Bedingungen stimmen für die Erscheinung beider totalitären Staaten auch. Sie erwähnt eine der Grundbedingungen, die für alle totalitären Staaten und in dem italienischen Faschismus mit einbegriffen stimmen. Und das ist der Erste Weltkrieg, die sie als Sündenfall Europas bezeichnet und guten Recht. Arendt schreibt keine alternative Geschichte. Sie stellt nicht die Frage, was Europa ohne den Ersten Weltkrieg mit ihren inneren Problemen, wie Europa sich auseinandersetzen hätte, ohne den Ersten Weltkrieg mit ihren inneren Problemen. Die Probleme waren schon einmal da. Arendt hat viele wichtige theoretische Ideen über den modernen Antisemitismus, den Kolonialismus, auch den Rassismus entwickelt. Ich erwähne aber nur einige Konzeptionen, die neu waren und den wesentlichen Charakter aller totalitären Gesellschaften betrafen und auch heute betreffen. Die totalitäre Macht hat die Klassengesellschaft abgeschafft und sie zur Massengesellschaften transformiert. Das stimmt wahrlich für alle totalen Regime. Arendt hat auch analysiert, wie man zum Beispiel in der Sowjetunion eine Klasse nach der anderen Klasse planmäßig liquidierte. Dass diese Transition, Transformation von Klassengesellschaft bis zur Massengesellschaft auch in anderen Typen der Regierungen stattgefunden hat, war kein Geheimnis für Hannah Arendt gewesen. Doch eine langsame Entwicklung und die Aktion einer brutalen Macht, brutalen Gewalt sind voneinander wesentlich verschieden. Die totalitäre Massenbewegungen, die Manipulation dieser Massenbewegungen, war eine neue Waffe der totalitären Parteien, die die Rolle der Habamme der totalitären Regime spielten. Damit hängt es zusammen, dass Arendt totale Regime als antipolitisch beschreibt. Bis die Erscheinung von Arendts Buch war es vorausgesetzt, dass die totalen Regime überpolitisiert sind, weil dort auch die private und intime Lebenssphären von der Politik abhängen. Doch für Arendt ist Politik durch Freiheit und Möglichkeit der relativ beweisen freien Handeln bestimmt. Wo es überhaupt keine Freiheit gibt, wo es überhaupt keine Möglichkeit der freien Handlung gibt, dort gibt es auch keine Politik. Und sie hat etwas sehr Wichtiges entdeckt, die gesellschaftliche Funktion der Antipolitik. Die Entwicklung ihrer allgemeinen Idee der Handlung kam ein wenig, nein wenig später. Arendt war auch die Erste gewesen, die die Rolle der Ideologie im Verhältnis zum Terror beschrieb. Die Kombination von Tugend und Terror, die von Ropsberg stammt, wird einer der wesentlichen Züge der Totalität der Herrschaft. Ideologie spielt die Rolle eines Kompassen, die auf die Feinde zeigt, die man aus Rotten liquidieren muss. Ideologien können ganz verschieden sein, doch die funktionieren in totalitären Regimen in der gleichen Weise. Mein großes Problem mit diesem Buch Totalitarismus, er bezieht sich nur auf die zweite Auflage, auf dem Anfang, wo sie über die Ungarische Revolution von 1956 schreibt. Sie hat in einem Punkt die Revolution gut verstanden, als ein Volksaufstand gegen ein totales Regime und gegen die nationale Unterdrückung. Als einen Aufstand für Freiheit und für Unabhängigkeit, ähnlich zur amerikanischen Revolution. Doch das Projekt unserer Revolution hat sie ganz misch verstanden. Sie hatte damals schon eine Präferenz für direkte Demokratie gegen repräsentative Regierungen. Sie hat es sehr stark entwickelt, weil man nur innerhalb einer direkten Demokratie handeln kann, sagte sie, während in einer repräsentativen Demokratie sie nur abstimmen können, ohne wirklich handelnbereit zu sein oder obligiert zu handeln. Doch in Ungarn, möchte ich sagen, und zwar auch in den Pamphleten der Arbeiterräte, forderten die Arbeiter nicht nur die Institutionalisierung der Räte, doch auch das Mehrparteisystem und freie parlamentarische Wahlen. Die Tatsachen selbst ändern natürlich die Qualität der Idee der direkten Demokratie nicht. Meines Erachtens tut mir leid, ist aber die Abschaffung der Wahlen und die Alleinherrschaft der direkten Demokratie recht nicht nur unmöglich zu verwirklichen, aber wie meines Erachtens sehr nicht wünschbar. Es ist in meinem Urteil eine negative Utopie, keine positive Utopie. Doch in Arendt hängen alle diese Ideen miteinander zusammen, dass die Reproduktion des Lebens auf der untersten Stufe der Wiedaktivität steht und dass die soziale Frage in einer demokratischen Politik kein Recht hat, keine Rolle spielen kann, sind die Grundgedanken dieses Nachworts. Die Präferenz für direkte Demokratie hängt damit zusammen, dass die soziale Frage keine politische Frage ist, wenn man dort nicht handelt, und dass die Reproduktion des Lebens die unteren Stufe des praktischen Lebens ist. Die hängen mit einer zusammen. Das Buch Human Conditions, das heißt Dasein, Human Conditions ist Dasein, erschien auf Deutsch als Wiedaktiva. Der deutsche Titel ist mehrtreffend, denn sie spricht wahrlich in diesem Buch nur über die Konstituenten des praktischen Lebens. In den ersten zwei Kapiteln ist die Frage in Allgemeinen gestellt, zwischen dem dritten und sechsten Kapitel geht die Diskussion von unten bis oben, vom bloßen Leben zum Handel herauf, die alte philosophische Leiter, die wir von der Sensualität bis zur Vernunft und so weiter hinauf schreiten, von der Sensualität zu herauf, ist hier auf der praktischen Ebene wieder einmal aufgestellt. Das bloße Leben und dann Handeln. Das habe ich nicht kritisch gemeint. Die Tradition ist kaum zu vermeiden. Umso weniger, weil der oberste Begriff des praktischen Lebens, des Handelns, als reines Handelns eingeführt ist, wieder einmal als eine transzendentale Idee. Anne Arendt spricht tatsächlich über reines Handeln, über Handeln, die keine stofflichen Mittel braucht, keinen Zweck hat, das heißt nicht empirisch ist. Was kann man auf der empirischen Ebene des reines Handelns entsprechend handeln? Wie kann man unempirisch erwähnen? Reinhandeln, was ist dieser reines Handeln? Wo ist sie überhaupt möglich? Was kann man als reines Handeln bezeichnen? Die Möglichkeiten umfassen die folgende. Sprache, Diskussion, Debatte, alle ohne Mittel und auch ohne Zähl und ohne Zweck. Und sie umfasst auch die Erinnerung, die Geschichten unserer Ahnen, der Vergangenheit, die Mythen, alles was man heutzutage kulturelle Erinnerung nennt. Das gehört zur Handlung. Politik geht immer über Handlung. Handlung spült sich immer am öffentlichen Platz. Sie ist immer gegenwärtig, verdinglicht sich nicht, doch kann sie in den Geschichten verewigt werden, wie die Taten von Achilles. Nebenbei meiner Beachtung ist Achilles ein dummer Junge, aber das ist nur meine Meinung. Herstellung, das ist Work in Englisch, ist die zweite Kategorie des praktischen Lebens, in der Mitte zwischen oben und unter. Sie ist die Aktivität, die eine Welt herstellt. Sie ist keine Transzendentale, dies ist keine Transzendentale, doch eine empirische Kategorie, man hat die mehr stoffliche Mittel, braucht man zum anderen. Es gibt kein reines Herstellen. Um etwas herzustellen, braucht man Mittel, auch materielles Mittel, nicht nur geistliche Mittel. Es ist keine Praxis, doch Poesis. Die Herstellung ist nicht die Tat des Lebens, sondern der und nicht des Leibes. Leib hat damit nichts zu tun. Es ist die Tat der Hände, eine Art der künstlerischen, künstlichen Schaffens. Was Arendt Arbeit, Leber, nennt, ist die unterste Stufe des praktischen Lebens. Sie beschreibt die bloße Reproduktion des Lebens als Arbeit am Leben. Sie ist die Arbeit des Leibes, von Geburt bis zum Tode. Sie spielt sich ab im privaten Bereich. Alle, die Hegels sehr gut kennen, werden Sie erkennen, Hegels Gedankengang hier, wie er die griechische Gesellschaft beschreibt, Öffentlichkeit für Männer, ja, und das private, finstere Leben für Frauen. Das ist wegen der selben Sache in anderen Begriffen ausgedrückt. Dass die Gebundenheit zu eingebildeten, idealisierten, antigriechischen Leben, nicht nur Philosophie, ist offensichtlich. Keine Kultur ohne Sklaverei, sagte Nietzsche. So weit geht Arendt nicht. Aber sie ist auch davon überzeugt, dass man nur dann handeln und herstellen kann, wenn man frei und unabhängig ist. Die unfreien Männer und alle Frauen können nur das bloße Leben reproduzieren. Sie können weder herstellen noch handeln, eben weil sie unfrei sind. Das lautet unmenschlich in unserer Zeit. Doch scheint es wahr zu sein. Persönliche Freiheit, relative Unabhängigkeit, relative Autonomie der Persönlichkeit sind die Vorbedingungen des politischen Handels und auch der Herstellung vielleicht, Herstellung einer Welt, die Vorbedingungen der Herstellung einer Welt. Sie hat recht gehabt. Warum spielten keine Frauen bedeutende Rolle in der Politik, außer der Königinnen? Warum haben sie keine Kirchen gebaut und bis zur Zeit der Emanzipation keine bedeutenden Gemälden gemalt? Weil sie nicht frei und auch nicht relativerweise unabhängig gewesen waren. Um zu wiederholen, trotz der Unheimlichkeit dieser Theorie hat sie nicht nur die Grundgedanke, doch auch die meistens ihre Erörterungen, trotz des Feminismus und auch trotz meiner eigenen Interessen, meiner eigenen Resistenz, hat sie doch recht gehabt. Das war die Konklusion, wie wir Frauen ziehen können. Jetzt sind wir frei und unabhängig, jetzt können wir alles tun. Eben, weil wir frei und unabhängig sind. Das ist die Konzeption, dass wir ziehen können. Sie hat das nicht gezogen. Doch, wenn die Theorie nicht bloß geschichtlich bleibt, wenn Arendt sie auf die gegenwärtige Welt anwendet, dann wird diese Problematik nicht am Platz. Da wird die ganze Sache meines Erachtens problematisch. Bevor ich diese Frage stelle, möchte ich erst auf zwei wichtige und schöne Diskussionen dieses Buches hinweisen. Es gibt zwei sehr schöne Diskussionen in diesem Buch, die nicht zentral sind, doch sehr wichtig sind. Arendt spricht über das Risiko des Handels und bezieht sich auf zwei wesentliche Möglichkeiten, dieses Risiko zu mildern. Die eine ist das Versprechen. Falls man etwas verspricht, trägt man Verantwortung für das Versprochene. Die zweite ist die Versöhnung. Man kann bereit sein, den beleidigten anderen um Verzeihung zu bitten. Was man getan hat, hat man getan. Das kann man nicht widerrufen. Doch kann man mit der eigenen Vergangenheit und der Vergangenheit der Verletzten zu Frieden machen. Man kann um Verzeihung bitten. Und das ist doch eine Art, die Wunde des freien Handels zu vermildern. Ich möchte nicht, dass die Wunde verschwindet. Sie verschwindet nicht. Aber sie wird mülder sein. Ich möchte nur erwähnen, dass Derrida in seinen Reflexionen über Verzeihen sich unter anderem auch auf diese Passagen von Haarendts Buch berufen hat. Er hat sich auf diese Passage berufen. Jetzt zurück zur Gegenwart im sechsten Kapitel. Wo Arendt über die Neuzeit zu sprechen beginnt, da erzählt sie die altneue Geschichte der Dekadenz der Moderne, des Abgrundes, des Untergangs, des Abendlandes, des Nihilismus. Der letzte Unterkapitel des Buches läutet das Sieg des Anomallaborants. In Hegel war die moderne Zeit die Zeit der Freiheit. Freiheit für alle. In Arendts Narrative ist die Freiheit in der Neuzeit verloren gegangen. Wir sind die Anomallaborants. Niemand ist mehr frei. Deswegen blieb es nichts für uns übrig, als die Welt das als Leben reproduzieren, wo es weder Handeln noch Schaffen gibt. Diese Narrative der Dekadenz, wie alle radikale Kulturkritik, ist elegant, weil die Kritiker über ihre Zeit und Zeitgenossen urteilen. Sie urteilen ihre Zeit und zeigen, das tun alle Kulturkritiker. Und da gibt es etwas Anspornendes, etwas Wichtiges, obwohl ich damit nicht einverstanden bin. Die Erbe von Heidegger scheint hier im klaren Mund, Mundlein, Mundlicht, Mundlicht. In einer anderen Komposition wiederholt sich dieses Thema. Durch die Komposition selbst schenkt uns wieder einmal neue Ideen und erörtert die Idee der Freiheit, auch von der Perspektive. Ich spreche über das Buch, das dritte Buch, das ich erwähnte, nach Totalitarismus und Vita Activa. Das dritte Buch, das ich sehr wichtig finde für politische Philosophie, das ist ein Buch über die Revolution. Sie macht die Distinktion zwischen Freiheit und Befreiung. Diese, dass die Befreiung noch keine Freiheit ist, das ist ihre grundlegende These. Befreiung ist keine Freiheit. Das kennen wir doch alle, wenn wir die Bibel gelesen haben. Mindestens in der Bibel steht es, die Geschichte der Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Und da kamen Juden aus von der ägyptischen Sklaverei, sie waren befreit. Aber die gottverfasste Konstitution hat ihnen nicht geschmackt. Sie wollten ihnen nicht horchen. Sie haben sich zu den ägyptischen Fleischtopfen zurückgesehen. Das heißt, die Freiheit war da, aber die Befreiung war da, aber die Konstitution der Freiheiten waren nicht da. Arendt hat diese und andere Erzählungen innerhalb der modernen Welt neu interpretiert. Sie hat auch die traditionellen Begriffen wie Macht, Gewalt in einen neuen Licht gestellt. Nicht nur die Erfahrung mit Totalitarismus hat sie zur Einsicht gebracht, dass die Ausübung der Gewalt nicht stärke, doch schwäche eine Regierung oder Bewegung beweist. Dies war umso wichtiger, weil zur selben Zeit europäische Intellektuelle, besonders in Frankreich, Sartre, Berloponte und andere die Gewalt kultivierten, ihre große Größe lobten. Arendt schwamm hier gegen den Strom. Das tat sie auch, obwohl sie in einer verkehrten Weise stellte die Frage der Macht. In der Frage der Gewalt sagte sie das Gegenteil, was die Franzosen sagten. Sie haben die ganze Idealisierung der Gewalt nicht einverstanden. Was den Macht betrifft, war sie auch nicht einverstanden mit denen, aber in einer verkehrten Weise. Denn von den Franzosen und sehr vielen Leuten war Macht eine negative Kategorie. Dann sagt er, die Menschen streben Macht an, das war immer negativ gemein. Aber jetzt sagt er, das ist keine negative Sache. Wenn wir Macht haben, wir haben die Macht für etwas, nicht nur Gegner. Wir sind bemächtigt für etwas zu tun. Und Ohnmacht ist nichts Positives. Bemächtigt sein, es ist für etwas fähig zu sein, etwas zu tun. Ohnmächtig sein ist keine Tugend. Es ist eben überhaupt nichts. Im Buch über die Revolution vergleicht Arendt die amerikanische und die französische Revolution miteinander. Und dieses Vergleich aktiviert sie alles, was sie über Handlung und Bloßarbeit in Witt-Aktiva sagte. Die französische Revolution musste zugrunde gehen, sagte Arendt, weil sie nicht die Revolution der reinen Handlung gewesen war. In der freien Taten der reinen Handlung hat sich innerhalb der französischen Revolution die sogenannte soziale Frage eingemischt. Die Fragen, soziale Frage, diese Fragen des bloßen Lebens, haben die Fragen der freien Handlung ersetzt. Die reine Handlung war mit Stoff beschmutzt, Stoff der sozialen Frage beschmutzt. Die amerikanische Revolution im Gegenteil zu französischen war die Sache der reinen Handlung gewesen. Und darum hat sie auch gesiegt. Doch auch diese Revolution war verdorben oder eher verraten, weil die Nachfolger der ursprünglichen Ideen nicht treu blieben und das reine Wasser der ursprünglichen Ideen wieder einmal mit der sozialen Frage betrogen haben. In Arendts Lebenszeit war eben diese Antwort am meisten ihr vorgeworfen. Auch ihre Freundin Marie McCarthy hat diese Antwort ihr vorgeworfen. Etwas, was sie nicht verstanden hat. Mit Recht. Denn heute kann man überhaupt keine Politik vorstellen, wo die soziale Frage keine Rolle spielt. Arendt hat doch Recht, wenn sie betont, dass in einer Massengesellschaft die sozialen Fragen alle politischen Fragen der Freiheit entsetzen können. Sie war eine gute Kant-Schülerin. Der Meister betonte immer, dass in einer Republik die Sache der Freiheit immer Priorität gegen die Sache der Glückseligkeit haben soll. Doch Arendt hat auch Unrecht, indem sie vorstellt, dass freie Menschen sich mit den sozialen Fragen nicht beschäftigen können oder sollen. Sie setzt voraus, dass die sozialen Fragen Probleme sind, die durch die Wissenschaftler gelöst werden können und überhaupt nicht ein Problem der Politik darstellen. Das ist grundfalsch. Wenn auch die pragmatische Lösung einer sozialen Frage keine politische Angelegenheit ist, ist doch eine oder andere Frage auf die Tagesordnung gestellt. Wenn sie auf die Tagesordnung gestellt ist, ist sie eine wichtige politische Angelegenheit. Der Gedanke, dass die Revolution immer mehr verspricht, als sie realisiert. In dieser Beschreibung beschreibt sie eine Tatsache. Alle Revolutionen sind dieser Weise getrogen. Es ist nicht die Frage, ob Revolutionen betrogen sind oder nicht. Die Frage ist, welche Art Revolutionen und wie sind sie betrogen? In welchem Grade und durch was sind sie betrogen? Die Revolutionen, die Handeln der Revolutionären, die Handelnden können enttäuscht sein, doch das heißt nicht, dass die Revolutionen, alle Revolutionen vergeblich gewesen waren. Ich beende diesen langen Vortrag. Die Essay-Kunst, dies ist eine Kunst, die Essay-Kunst ist eine schöne Kunst, unter anderem, weil sie Inspirationen und Gedankenexperimenten zulässt. Wie ich schon erwähnt habe, kann ein Essay den anderen Essay nicht logisch widersprechen. Keine Kohärenz ist notwendig. Der Geist kann freischweben. Wir können von einer Idee Inspirationen bekommen und zugleich unseren Kopf schütteln. Das heißt, Inspirationen bekommen und Kopf schütteln kann man zusammentun, man kann auch zusammen denken. Ahrens Werk hat unsere Welt bereichert. Sie hat eine Injektion der schon lahmen politischen Philosophie gegeben. Sie hat etwas neu begonnen und obwohl sie unsere neue Welt als eine für Freiheit handeln, schaffen, verlorene Welt beschrieb, sprach sie auch immer über die Geburt, über die neugeborenen Menschen, über die Kinder, die in die Welt eintreten, etwas Neues, ganz Unerwartetes schaffen können. So ist auch eine Hoffnung der Neuzeit, dass junge Menschen immer in die Welt treten und etwas Neues hineinführen können, in unsere handlung verlassenen Welt. Danke sehr. Applaus . Applaus . Applaus